Prozent Ehrt um 10 Prozent Köln ist 10 20 Prozentpunkte 25 Prozentpunkte sind 30 Prozentpunkte sind 45 Prozentpunkte und könnte es glaube ich auch irgendwie erhöhen mit den komischen Schreckenspiraten oder so muss ja auch nicht sein Konzert kriegt man mich nur wenn man mit der Verkennung der Oberschrift ich habe euch ja nach seit erlacht immer mehr gut zum ersten Mal Stuttgart und der Verbrennung zum Stuttgart im Schub doch 1 das ist die Idee immer noch kein Dungeon in weiterer Sorte Gopar 13 Minuten da ist ich habe Erfahrung gehabt kurz bevor diese 13 Minuten war das ist ja Empfehlungen na durchschnittliche Warnungszeit über das Erdschmeiß das hatte ich dann immer die Prozent das Erdienst kurz bevor es da 13 wirklich dann ist ein Klinik in weiter er hoffen wir am Ofen der er das ist Pfannekuchen oder so was er machte ich habe überhaupt keinen Grad darauf dort und in den Punkten ich esse nichts ich habe nicht ewig Zeit und wird sich bringen erst mal wird sich auch ein totales Leben ich bin ganz und so das war ein Leister Lagerfeuer durchschauen um Prozent mehr haben das ist etwas langweilig Abo Grütter zu Kuh dort als Todesfälle Tobi doch auch in den ersten Sagen und was sagen wir nicht auf uns sagt ich hasse dieses Prozent Ticket ab aber wirklich in der Saison wird die gleich wieder neu er kommt so wie ich das nur in der Welt Tänk ganz sicherlich Tänk ist das was immer fehlt auch Lohle wird er auch oder Heiler und mit dem Wort Tänk oder Heiler Hinten so vorhanden können hätten ihn nur die Zielhalte Klinik im Heiler Erschild ich denke mal, wir kriegen dann Springflut, aber das kommt ja erst so viel später, das ist das Enttalent aus dem Heilerbaum Hey, du bist nicht im Borde Kommt bestimmt gleich wieder ein Tank dazu und dann geht's wieder rund Ich verstehe auch, warum brechen die dann ab? Ich denke mal, das sind auch so wie auf YouTube, diese Hater Ich denke mal, die join dazu, drücken dann absichtlich auf Abbrechen Nö, das sind einfach irgendwelche Typen, die dann doch gar nicht Bock haben Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, sehen gerade einen Ram-Up oder so und können das wirklich nicht annehmen oder was weiß ich was oder so noch mal, als ich drauf den Tag, oder Keine Ahnung Ruhm, oder es ist ein Glück, oder es ist wirklich so das ist ähnlich wie Hater sind die einfach auf Abbrechen, die sollten die, wir sollten die jetzt gezielt, es ist wieder möglich, hier Ja, kochen, haben wir so langsam Man wird sagen, dass man vielleicht erreichen, mal 50 heißt das nicht, was ich hab was jetzt so noch mal das und die erste Hilfe kannst du da mal lernen gehen das auch nicht, aber das geht mir so auch die Eier hihihi ja, stelle ich mal demnächst mal ab, das war das nächste Mal nicht mehr rum erstellen äh, das war wie auch klein ist da oder vier Tage, bis der nächste kommt bis so 40 sind hier worden und 30 wir haben schon eine 10% gesteigerte Chance auf ein, auf eine Fertigkeitssteigerung das dauert immer was zu lange tja durch gilt übrigens na komm das ist nicht so schwer doch das soll immer zu fahr, gammelt Wolfsfleisch, immer hier vielleicht kriegen wir auf 50 falls es jetzt nicht gelb wird, kriegen wir es auf jeden Fall auf 50 auch wenn wir es auf gelb kriegen, kriegen wir es noch vielleicht der Wert höher auf 50 ja, ich bin natürlich aber nicht ganz sicher gelb ne, kriegen wir nicht mehr doch, vielleicht schon noch können wir schaffen go, 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 go ja, go forward ja, auf 49, das wäre jetzt auch richtig kacken gewesen äh, wo bist du denn da? und fett und gekackt und gewonnen sich guck mal ob was was fehlt noch das Rezept der Lernfälle bezogen und wir könnten eine Kochteli machen, wir könnten so lassen oh aber nicht zufrieden herstellen können schade die ich weiß überhaupt nicht, wo der erste Hüfel lieber steht guck mal, wie viele noch fehlen ich zeig sie gleich runter dann übrigens hä unten hin und dann da lang gehen genau, weiter da genau dann rechts oder links, je nachdem und dann da links rein und dann einfach wenn ihr gleich jetzt rechts oder links am Außenring lang da müsste er dann schon stehen irgendwo einfach mal lang rennen am Außenring so genau, hier lang mh mh auf der rechten Seite muss er dann irgendwo stehen glaub ich so war das zumindest die was benötigt er ist verdient er so ein bisschen kann man ja schon machen ne schön ja soweit wird es das nicht bringen ja bis 40 müssen wir sowieso den Leichten nehmen und der wird glaube ich ab 30 Uhr so gehen wie gesagt richtig gut dass sowieso erst ein Wottelkar weil in Bollingrissett mit dem Stoff kann man um und schmeißen, da kriegt man so viel von aber in Wottelkar, da ist das glaube ich ab 400 oder so, ist das gelb und ab 410 oder so grün und da muss das auch bis auf 450 bringen bzw. bis auf 425, weil ab da kann es nämlich so Blutzeilen verbinden, die lohnen sich derbe hab ich dir erzählt, ne, auf der 75, sich in 8 Sekunden für 26.000 Bandagieren das ist vernünftig die 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 guck mal ob du noch was kaufen kannst du nicht das ist doch für zu wer seid ihr alles klar und wer seid ihr niemanden ich bin Sparta nee, warte mal ich weiß gar nicht warum ich früher eigentlich einen Untoten genommen habe, ist ja auch ein untoter Hexenmeister keine Ahnung, warum ich den als Wahl hatte hast du ja irgendwie voll eingemottet, ne? hast du irgendwie voll eingemottet ja, aber und Tote fand ich früher schon geil irgendwie bei dann kam es den Todesritter, da wollte ich so unbedingt einen Todesritter machen, hab den auch gemacht und ich habe eigentlich könnte man sagen derbe Enttäuschung bekommen, weil ich hätte die mir viel viel kräftiger vorgestellt Ja, wie viel kräftiger von der von der schlager Dass wohin hast du den gespielt? Level? ja 60 Kollege, dann warst du in Bonung Ghostsnet, ne? Ja Alter durch Bonung Ghostsnet fliegen die durch wie nichts, weil die Bonung Ghostsnet sowas von schade stark sind ne, du hättest denn mal einen Wodka spielen müssen vorwärts am laufenden Band ist total der Ex-Million Titel für will ich schon mehr haben wir noch nicht nur zu und zwar die hier das mache ich das hochstehende Friseur die voll auf sich aus ganz ehrlich ist naja ich finde das wurde wie sie kommt an Friseur die Hauer verändern m die Stiere sein dass bloß die Maske oder den Helm auf oder was rum als wird nur um dich zu erinnern ja klar das ist mann jemanden Tank gefehlt jetzt ist die ganze Gruppe raus weil die in den Wald gekriegt haben den ich nicht gekriegt habe oder keine Ahnung was ja meld dich einfach mal als Heiler an ja vielleicht kriegen wir da was nur mit Welle der Heilung das wurde schief gehen gerade in Flammen stund bei Tarkam steht beim schlechter Quippen Tank richtig derbe zu schon lustig ja probieren können wir das doch meine Güte nope also die Anfangslevel mit dem Heiler das war auch voll easy da hab ich mit dem Tank geheilt ja bei dir bei dir äh das hat sich mit Kata geändert ja ja die hauen richtig derbe zu also im Vergleich hauen jetzt richtig derbe zu ach so nur nur weil der Char weiblich ist meinst du du bist süß hm nicht schuldig schuldig schuldigen Erfolg aber den haben wir schon halt äh oh Gott ey erbärmlich kann man sein nur weil so Blutelf und weiblich ist meinst du leicht sie kriegt alles schon ausgeschoben äh also in der Erschmissen mhm also wie gesagt ich werde das so handeln wenn ich WoW hochlade dann sind kaum Aufrufe da mach es einfach privat Punkt und nein ich lade das einfach so hoch da wird kaum jemand sehen der das auch anguckt momentan und äh dann machst du auf Privat privat ich weiß ja auch nicht mal welches Video ist ich guck's ja nicht an bevor ich's hochlade ja dann mach alle Video Videos erst mal auf Privat meinst du dass du das dann umstellst oder wie ja dann guck ich lieber vorher nach was das ist und dann mach ich das auf Privat oder so ich find das richtig kacke was das äh das da IP angezeigt wurde und so ja es gibt nur Probleme passiert ja bei mir in der Gilde bei Runes nicht da gibts keinen TS tja das find ich ja das geile drin und die Gilde ist saumäßig stark tja dann ist unser Unterschied wohl irgendwie ziemlich einfach nö aber man braucht keinen TS es ist doch Quatsch weil äh eigentlich weil ähm VW Prozent beinertet hat die auch kein TS man braucht es auch eigentlich gar nicht aber hallo bist du sicher ja absolut also ich hab's bisher mit bei VW noch nie gebrauchten TS ja du warst ja auch erst einmal Reden in Wottelkau auch noch nee ich war in ja ich war bei Leech King ja ja Leech King ist easy ohne Ende wir haben durch Leech King HC im ersten Try das 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 den die kristin die die nicht die haben die Sanktolz das sind die Menschen auf dem das ist auch wenn ich ihn auch was auch so nur der Volk hoch die Wurde die